Meint ihr, ich soll wieder so eine Violine einfügen und ein Bild von dem Arzt? Ich glaube nicht, er hat es verdient. Und damit kennt ihr Leute was gedacht und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Little Nightmares 2. Die letzte Folge war ja uff, würde ich sagen, aber auch ganz cool. Und jetzt sind wir wieder draußen und es geht hier für uns weiter. Immer vorne, nie hinten, das ist auch so eine Sache. Das ist seltsam. Soll ich da hoch? Ne, da ist zu, da oben. Eine große offene Straße. Menschenleer. Ich habe mich gerade legit davor erschreckt, ist okay. Ist okay, ihr könnt abschalten. Schönen Tag noch. Da kommen sogar mehrere. Aber das sind nur Klamotten, oder? Ne. Sind nicht nur Klamotten. Unangenehm. Mal wieder. Ich gucke gerade, ob ich zu laut rede oder nicht. Aber wir sind jetzt in einem Wohnhaus. Ist das ein Wohnhaus? Oh, ich kann das nie sagen. Es könnte ein Wohnhaus. Da ist es. Und, wie ist die Luft da oben? Entsparte Musik schon lange nicht mehr gehabt. Ähm. Ähm. Was ist mit ihm los? Das ist, glaube ich, kein 3D-Fernseher. Ich würde sagen, unangenehm. Kamera. Denk. Ich glaube hier hoch. Ja, und das bricht aber mit raus. Und wir kommen nach rechts. Wetten? Ne. Hätte ich mir aber denken können. Schaffst du 6? Bestimmt. Ich warte auf dich. Okay. 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 Also wir haben Menschen. Die mögen den 3D-Fernseher. Die scheinen alle die Fernseher echt zu mögen. Also. Wenn eine neue Staffel Bauer sucht Frau kommt, da schalte ich natürlich auch einen. Ich traue mich nicht, das Licht anzumachen. Ich habe Angst, dass die uns sehen könnten und uns nicht mögen. Wobei, 6 läuft normal. Aber. Die Musik ist aber ganz entspannt, würde ich sagen. Kannst du mich hochschmeißen? Thank you. Auf Toilette weiß ich nicht. Äh, unter der Dusche. Auf Toilette schon, aber unter der Dusche. Ah, fände ich jetzt unangenehm. Mein Handy ist, hat zwar eine wasserdichte Hülle, aber. Nee, nee. Also ich meine nicht die. Ich habe nochmal so ein extra Plastik drumherum. Das ist ja die Standardhülle. Wunderbar. Nur, dass das hier unten in schwarz drauf steht. Hätte ich vielleicht in einer anderen Farbe machen sollen. Ist aber auch egal. Wir gehen weiter. Okay, ich glaube, das war es soweit. Little Nightmares. Eins. Das lief in dem Fernsehen beim Janitor. Ah, das heißt, der erste Teil hat eine Anspielung an den zweiten Teil. Wisst ihr wieso? Weil der zweite Teil spielt ja vor dem ersten Teil. Hoffe ich. Also, wurde mir so gesagt. Oh. Äh. Ich bin einfach hier rechts raus. Soll das so? Ich habe keine Ahnung, ob ich die Sachen richtig mache. Ich habe immer das Gefühl, ja und nein. Und dann komme ich irgendwie richtig schnell auf. Die Lösung. Aber trotzdem irgendwie weird. Weiß nicht. Ich glaube, ich muss dich befreien. Ja, ja. Ich könnte entweder, geht es hier oben weiter oder hier ist ein Schlüssel. Es geht oben weiter, weil wir können es sich richtig aufnehmen. Ich sehe nichts. Was könnte man hier vorfinden? Hier drin vielleicht. Man nennt mich auch noch Dr. Sherlock. Three. The Sixes. Wo komme ich jetzt weiter? Naja, nicht. Da kam ich ja her. Warte, vielleicht doch links. Vielleicht brauchen wir Six für irgendwas. Tschüss. Nee. Six ist so komisch hier stehen geblieben, als müssten wir irgendwas noch hier machen. Aber ich bin mir jetzt halt unsicher. Ja. Überleg gerade, ob es Ja Ich glaube, es soll jetzt gemacht werden Felix, wirf mich mal hoch Ja Ja, das dachte ich mir Genau Das war nämlich, irgendwie war das logisch Ich weiß nicht wie, aber irgendwie in meinem Kopf war da so Du kannst ja auch oben drauf, da oben ist immer so ein Lüftungsschacht Hier ist aber einfach ein ganzes Zimmer, ist okay Okay, wir sind jetzt outside Ist das da oben? Ist das das Allsehende Auge? Six schaut da so ganz komisch hin, als wäre das wichtig Ist so ein Turm So ein Licht Sendet wahrscheinlich irgendwie so ein Signal aus oder so Geht es hier hoch? Ja, aber es könnte auch da durchgehen, da ist Fenster Ich weiß es nicht, wir gehen erstmal hoch Wir haben auch Ewigkeiten schon keine Hüte mehr gefunden Nur mal so ganz kurz Ah ne, ne, hier geht es schon weiter Ja, ja Ja, aber da nicht Qualitäts-Content Dafür habt ihr Dafür schaut ihr mich Ähm Ja, wir müssen erst hier hoch, ja Ja Bist du dran? Muss ich wieder springen? Das ist auch so eine Sache Was viel zu häufig kommt Dass Six uns jedes Mal Also, dass das irgendwie das Spiel keine Brücken hat oder so Ne, ne Six hält uns einfach fest Ganz weird Aber ist ja auch okay Man muss ja nicht immer eine Brücke haben, oder? Turm da hinten ist sehr präsent So wie der Mond in Mario Odyssey Der Turm scheint für irgendwas wichtig zu sein Ja, schaut euch das doch mal an Der sendet da doch irgendwas So Signal-Dings Keine Ahnung Irgendwas wird das schon Läuft doch hoch Jetzt vielleicht zur Seite ein Stück Ah, komm ich hoch, okay Ja, ich komm hoch Sind wieder in so einem Wohnhaus Sind jetzt wieder Menschen drin, die RTL gucken Ich hab mal so eine Reihen Hat die Bild-Zeitung Einen Fernsehsender Ist eine rein hypothetische Frage Aber falls ihr es wisst Dürft ihr trotzdem antworten Hä? Hä? Okay, aber das stürzt doch jetzt alles ein Unangenehm Wie weiß ich nicht was War das jetzt gut oder nicht? Ja, war richtig Okay Ich dachte schon, hey Was hätte ich sonst machen sollen Ah, da ist Six Okay Ja, das ist schön Oh Ja, sie kann nicht tot sein Das weiß ich, weil Im anderen Teil Ähm, ist sie ja da So Deshalb Aua Das ist eine sehr Melancholische Szene Die sich gerade angeschaut haben Das soll so wahre Freundschaft Wahre Freundschaft suggerieren, glaube ich Kann mich zu sowas gar nicht äußern Keiner Nein, nicht hoch Auch die Musik Laufen wir noch Natürlich, gehe gerne unter das Bett Lass mal Zeichnungen angucken Das ist ganz wichtig Okay Wir haben Also das ist ein Kinderzimmer Wir haben den Vater der Familie Ein Auge Viele Augen Nochmal den Typen mit Hut Also den Vater vermutlich Und So ein Kreis Popo Kreis Hier Auge Und wieder irgendwelche komischen Zeichen Gerade ich dachte Sehr seltsam Das Ganze hier Hier ist es hell Da gehe ich langsam rein Ist wieder eine Fernsehszene Aber das Ganze Kennen wir ja schon Da müssen wir einfach rein Hinlaufen Und dann ist es gut Boah, das verzerrt sich ja total Ja, einmal Zweimal Und Ne, nach links Und wir sind wieder drin Und können wieder nach da vorne rennen In Zeitlupe natürlich Weil Ich weiß nicht genau Was uns dieser Gang sagen soll Ich weiß aber Immer noch nicht Was uns das alles sagen soll Ich kann die Tür aufmachen Und das Ach Das ist der Typ mit dem Mit dem Hut Moin Okay Wir haben wieder was Neues gelernt Ach guck mal Er ist jetzt in den Fernsehern zu sehen Können wir aufstehen? Nein, der kann da doch nicht raus, oder? Ich habe zwei Fragen Wer bist du? Was willst du von mir? Was habe ich dir getan? Ich verstecke mich doch nicht unter dem Tisch Six Komm doch hierher Ähm Der ist verglitscht, der Typ Nein, nein, nein Lass doch Diese 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 Verzerrten Schatten Dinger da Das ist, wenn dieser Typ Den wir da auch hinten auf dem Poster sehen Wenn er sich Warte, warte, warte Ganz kurz Ich muss ganz kurz Ne, ich lasse Musik an Ich muss ganz kurz Ganz kurz Mit meinem Kopf in die Lohre ein bisschen rein Also sie kann nicht tot sein Obviously nicht Weil sie ist ja Was ist, wenn jemand anders den Regenmantel bekommt? Nein, 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 nein Sie ist ja im Teil dann wieder da Also So ist ja nicht Sie ist jetzt safe nicht tot Aber Aber Wer war das? Geh da nicht mehr hin Geh da wieder hin Ach ja, wir sind jetzt auch Von uns Ich kann dir einen Kaffee machen Ist Kein Problem Aber please Lass mich in Ruhe Und Six auch Ich hatte ja nichts getan Auch nicht Aber Weiß ja nicht Ist da noch eine andere Question Wie geht das hier? Was? Maybe Hier hoch Liebe ist ja über die Lore nachzudenken Aber Der Teil der Lore macht mich echt schlutzig Wer ist das? Weil er scheint ja Also Er scheint ja Kein gewöhnlicher Boss zu sein Er ist ja Obviously jemand wichtiges Weil er ist ja Von Anfang an dreht sich die Geschichte um ihn Und mit den Fernsehern Ah ja, ja, ja Ich verstehe Also er muss ein wichtiger Charakter sein Ist er der Endboss? Könnte ich mir vorstellen, gell? Er ist der Endboss Ja, ja Das könnte sein Weil die Lady wurde ja auch schon von Anfang an introduced Ja Ich habe noch eine andere Frage Was passiert eigentlich mit Mono im Was passiert mit Mono im ersten Teil? Der Typ aus dem Fernsehen Den haben wir schon gesehen Leute K-Storm im Schnitt Ihr bitte Da drüben einblenden Das Ende Vom DLC Vom ersten Teil Da steht der Typ doch schon im Fernseher Aber warte mal Der erste Teil Spielt ja nach dem zweiten Teil Das heißt Wir besiegen diesen Typen gar nicht Weil er ist ja im DLC Vom ersten Teil am Schluss noch zu sehen Wir müssen Wir müssen Ich muss weitermachen Ich muss wissen, wie es weitergeht Oh mein Gott Ihr habt die Szene gesehen Ich muss dran denken, das einzublenden Könnte mir das jetzt gerne aufschreiben Ah, das bricht bestimmt nicht Perfekt Dann wäre ich direkt nach Hier schon wieder Er ist wieder in die andere Richtung gesprungen Dabei habe ich gar nicht springen Ich drücke gar nicht springen Was ist mit dir los? Okay Und beim nächsten Mal habe ich dann auch rausgefunden, wie der Typ heißt Da google ich kurz Großer Großer komischer Mann Little Nightmares 2 Vermutlicher Endboss Ultra krasser Typ Vor allem der ist so verglitscht Ihr habt es ja gesehen Der ist so Was heißt denn verglitscht? Also Wisst ihr, was ich meine? Der ist halt so auf eine andere Art und Weise Hat er sich teleportiert Unangenehm Ja, ich hoffe Wir sind jetzt nicht schon beim Endboss Weil das wäre relativ schnell Keine Ahnung, wie viele folgen Aber es wäre halt Er ist schon wieder So ein Dude Also so ein Dude So Anziehsachen einfach Ich kann nichts machen Doch Kann ich das einschalten jetzt? Ach sieh mal eine an Wir können jetzt selber Fernsehen Ich dachte nur, was liegt da Das sah so komisch aus Oh, die Fernbedingung ist aber weg Ach so Haja Macht ja Sinn Darüber kommen wir nicht, oder? Ich weiß nicht, ob ich durch den Fernsehen soll Sieht nicht so aus Ich spring jetzt erstmal hier wagnutig runter Die Musik ist entspannt Blöd, dass wir keine Lampe mehr haben Ich habe immer Angst, dass die irgendwann mal einkrachen Diese kleinen Dinger, wo es nach unten geht Glaubt es nicht Ach jetzt schaffen wir das Ach so Hä, aber was hat sich jetzt geändert? Ich habe es einfach Direkt von Anfang an In der richtigen Reihenfolge gemacht, oder? Nee Doch, vielleicht kann ich mich jetzt hier Nee Ah, nein Okay, das habe ich nicht gesehen Ich muss mir erstmal den Weg bauen Natürlich, klar Okay, es ist Free Roaming Aber ich will es halt ganz am Rand haben Okay, okay Wir haben es so halbrichtig gemacht Ich muss jetzt halt legit die ganze Zeit darüber nachdenken Warum der Typ im Nachfolger dieses Spiels immer noch da ist Ah Ah, so hätte man es auch machen können Okay Wusste ich nicht Es hat trotzdem gereicht rüber zu hüpfen Also so ist es nicht Wir sind halt Profi Es war ein Trickjump Ja Einfach ganz hinten am Rand Einfach hüpfen Hüpfen Rüber, ja Kommt jetzt noch ein Postbote Sieht so aus, gell? Habt ihr auch das Gefühl? So, wir kommen jetzt in die Postfiliale Das Spiel soll ja angeblich länger sein Als der erste Teil Deswegen Ja Und wir haben ja noch das DLC vor uns Mal gucken Ich will hier wieder raus, glaube ich Ja, ich will da vorne rein Hab ich schon gesehen Jetzt sag nicht, ich komm hier nicht hoch Doch, okay Da ist einer Da ist auch eine Statue von der Lady OMG Secret Secret, Leute Nicht damenhaft Errungenschaft freigeschalten X, die Wir sind im Ha... Oder ist das... Wir sind im Haus der Lady Ja, ja Deswegen sind hier auch die Augen Da ist, da ist auch ein Bild Müssen wir doch nicht hier hin Ich sag nicht, da das Bonuszeug Sieht ihr, was ich meine? Ja, come on Ist das die Lady? Die Lady Der Fernseher hält die fest Der Fernseher hält die fest Jetzt hier rein Jetzt guckt sie auf den Fernseher Wie weird soll die Story sein Little Nightmares Ja, ja Ne, rein da Bevor sie kommt Perfekt Ach, wir kommen jetzt hier wieder raus Also Was sind denn die Fernseher? Ich verstehe es nicht so ganz Also Klar, die Fernseher halten die Leute fest Das muss irgendwas Besonderes mit denen machen Vielleicht hat das was mit dem Turm zu tun Ich will nicht spekulieren Ich will gar nichts spekulieren Doch will ich Ich will wissen, was es alles mit allem auf sich hat Ist auch wieder So ein TV Ich bin nicht schuld Er ist von alleine runtergelaufen Falls sich jemand Falls jemand sagen möchte Ja, tötest einen Typen im Krankenhaus Der nichts mit dir zu tun hatte Verbrennt den Arzt Der sich um ihn gekümmert hat Um den Den du getötet hast Und jetzt lässt du auch noch Leute einfach vom Dach fallen Ne, ne Das ist nicht meine Schuld Der ist von alleine da runtergerannt So Ich konnte nichts für ihn tun Es tut mir leid Ja, hier ist ein Bett Ich kenn's Wieder fahren Was ist jetzt eigentlich mit Six? Müssen wir sie retten? Weiß es nicht Ja, der Turm Oh, ich hab Schluck auf Wartet mal Der Turm im Hintergrund Erzähl was damit Schaut euch den Typen an Oder schaut euch die Typen an Die schauen alle zu diesem Turm Oh Die fallen alle nach und nach runter Aber die Frage ist doch Warum Was veranlasst sie dazu Darunter zu springen Was veranlasst mich dazu Hier runter zu hüpfen Bevor ich hier irgendwas mache Guck ich mir das mal um Das heißt Diese Musik Der Janitor Wurde auch beeinflusst davon Also der Hausmeister im ersten Teil Man sieht immer so 10.000 Bilder Und auch diesen großen Typen da Darf ich das Foreshadowing nennen? Da ist Strom auf dem Wasser Klar, finde ich immer toll Nein Er scheint das nicht zu schaffen Ja und ich muss jetzt um mein Leben rennen Gleich Wollen wir wetten? Lieber Herr Es tut mir leid Darf ich sagen Er hat angefangen Wir haben angefangen Da kommt safe einer raus Und ich muss ganz schnell dann rennen Hallo? Komm ja nicht rein Vielleicht soll ich den noch nicht anmachen Los jetzt Runder da Da Finde ich jetzt nicht so angenehm Da liegt ein Kind Kein Problem Boys Ich weiß Ich weiß zwar nicht genau Was mir dieser Fahrstuhl bringt Aber ich werde jetzt einfach mal reingehen Und sehen Oh Dass die Aufnahme schon fast vorbei ist Ja wir machen noch kurz das 31 Minuten Es tut mir leid Die Musik ist Wenn ich das so sagen darf Episch So Was uns aber hier erwartet Sehen wir beim nächsten Mal Wenn euch das ganz gefallen hat Zeigt das gerne mit einer positiven Wert Ich wünsche euch beim nächsten Mal wieder Bis dann Und ciao Ciao Leute Ich wünsche euch das Ganze